Moin Moin Leute und Willkommen zurück zur achten Folge von Video Waro mit dabei der Carsten! Hallo Leute! Hi! Blocken wir uns direkt ein? Genau, keine Zeit verlieren, Waro! Drei, zwei, eins, go! Oh mein Gott! Wo sind wir eigentlich? Also wir leben gerade an dem Tag auf, wo auch die Folge jetzt hier rauskommt, also die vorherige Folge, also morgen kommt diese Folge hier, die wir gerade hier aufnehmen, auch. Oh mein Gott, wir müssen nämlich unbedingt hier weg. Welche Richtung bauen wir uns aus? Shit! Die Couple Stone ist hier, also sind wir hier rein, okay, ich baue uns wegfrei. Okay. Okay. Wir sind auf Höhe 11. Wollen wir den ganzen Weg nach oben bauen oder sollen wir irgendwo gehen? Ah! Schreck Sekunde. Ich weiß nicht, wir sind ja auf einer guten Höhe von Diamanten, sollen wir hoch oder sollen... Wir müssen auf jeden Fall weg. Ich gehe weiter suchen. Erstmal weg. Okay. Hä? Ich baue uns hoch. Ich brauche eine Spitzhacke. Hier geht's hoch. Wo gehst du? Wo bist du? Ja, komm nochmal zurück. Genau da, nach ein bisschen. Ja, nein, da warst du, du warst gerade da. Ja, genau, ich sehe deine Angst! Ja, hallo! Ja, okay, gut. Ja, geh hoch. Jump, jump, jump. Du kannst die Fackeln ja mitnehmen. Oder ich nehme die Fackeln mit. Ja, nimm du mit. Ich jump hoch. Ja, okay, jetzt die Frage, wo sind wir hergekommen? Links oder rechts? Ich glaube, einfach mal nach rechts, da geht's auch hoch. Ich hab keine, äh, Steine. Ich brauch eine Spitzhacke. Kannst du mir schnell eine machen? Mach mal eine Fackeli hier hin, dann mach ich dir jetzt eine. Hast du noch Sticks? Ja, eins hab ich nur noch. Aber ich hab noch Holz hier. Ich hab's hier hingelegt. Oder brauchst du? Ja, Holz hab, ich hab noch Holz, aber ich mach jetzt, ich hab noch fünf Sticks jetzt und das war's dann. Okay, nimmst du recht. Da hast du deine Spitzhacke. Perfekt. Shit, ich muss mal aussortieren. Shit, ich hab mein Eisenschwert angeschlagen, das sollte ich eigentlich nicht machen, Mist. Egal, oder? Ich hab zwei Eisenschwerter. Du hast zwei. Und ich hab zwei schon angeschlagen, das ist blöd. Machst du ein bisschen mit Fackeln hier den Weg, dann baue ich uns hoch. Ja. Sofort. Dass ich was sehe. Ach, Mann. Boah. Runter. Brauch Licht. Ja, okay. Wow. Da ist es. Wow, wow, wow. Eis Kies. Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht ewig nach oben. Hoffe ich auch nicht. Was brauche ich sonst noch nicht mehr? Sag mal, hat er Ding, ne Fackel? Ah Mist, ich hole noch die andere kurz. Du hast deinen Shader aus, ne? Ja. Gut. Komm, ich will Tageslicht sehen. Da kommt schon mal Erde. Ist nicht gerecht. Das wäre jetzt blöd, wenn wir genau im Berg sind. Ja, das wäre richtig mies. Da kommt schon Gras. Doch gut. Wenn das so schnell geht. Das wäre so geil. Das wäre perfekt. Ja, wir sind draußen und es ist Tag. Geil. Perfekt. Läuft mal was nach Plan. Da sind gleich Schweine. Kann ich kurz den Verzauberungsstich haben? Ja. Au. Wir haben keinen Amboss oder so, ne? Ne, Amboss haben wir nicht. Hab dir den Zaubertisch hingelegt, ne? Ja. Film mal ein paar Schweine. Halt die Augen nach Zuckerrohr auf. Schärfe und Haltbarkeit. Ja, geil. Das ist nice. Die kann ich aber nicht kombinieren. Nur mit dem Amboss, ne? Ja. Wo bist du langgelaufen? Holz neu. Ich bin links langgelaufen. Am See links. Ich baue da gerade ein bisschen Holz auf. Seht ihr ihn? Hey, wir sind ja voll am Spawn. Was? Oh mein Gott, hier ist der Spawn. Wo? Ja, hier. Hier kam er ja von her. Wo bist du langgelaufen? Ich bin einfach nur berghoch gegangen. Das ist unser See. Wo ist der Spawn? Da hinten ist der Spawn. Krasser Scheiß. Dann lass uns in die Richtung mal laufen hier. Ja. Viel Essen hast du noch? Äh, ich hab noch genug. Okay, ich hab noch 5 Stakes. Bok! So, wir müssen irgendwo laufen, wo viele Tiere sind und dann baust du dich runter. Jupp. Komm, Zug. Oh, das Redstone. Oh oh. Siehst du das fette Redstone-Ding da? Hä, wo bist du? Ich bin im Berg gelaufen. Auf dem Berg? Ja, ich bin auf dem Berg. Okay. Oh, da vorne ist ne Hexe. Gigant. Und wo bist du? Ich komm jetzt nach. Oh oh. Ich glaub du bist in die falsche Richtung gelaufen. Echt jetzt? Och nö. Auf welchem Berg bist du? Hier ist ne Höhle. Die geht hier raus. Warte, warte. Bleib mal stehen. Scheiße. Welche sind deine Koordinaten? Ähm, ich will die nicht sagen jetzt. Nein. Warte. Hast du das Redstone gesehen? Ne, ich hab hier Lava im Berg. Ich bin hinter dem Berg jetzt. Hinter dieser, äh, Steinwand. Okay, Moment. Vielleicht bin ich jetzt beim richtigen Berg. Ja, ich bin ob er Lava jetzt. Hab Lava. So ein See? Lava See nicht, ne. Das kommt aus der Wand halt raus, das Lava. Bist du am Wasser irgendwo? Ne. Och ne. Hier sind keine Wasserflecken. Warte, ich geh grad noch weiter. Bin eigentlich in die Richtung gegangen, wo wir grad hingegangen wären. Kann nicht sein, jetzt. Können wir uns so schnell wieder völlig hin? Wir waren doch an der gleichen Stelle. Ich sag dir jetzt einfach meine Koordinaten. Okay. Und zwar 273 und 168. 168? Ja. Wo bist du? Z ist bei mir 30 jetzt erst. Oh. Was, 287 bin ich jetzt auch ungefähr. Das heißt, einfach nur grad auslaufen. Ja. Lauf mir mal zurück, dass ich sicher bin, dass wir uns treffen. Ah, da bist du doch. Ah, da war auch Gott sei Dank. So, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Wir sind ja... Das hat uns ein bisschen Zeit gekostet. Nicht gut. Müssen Tiere finden und dann... Müssen wir runtergehen. Ich würd sagen, geh du einfach jetzt runter. Mach, mach das hier. Ja. Kannst du mir noch ein bisschen Essen mitgeben? Hab nur noch drei Steaks. Ja. Ja, dann kannst du mir dein restliches Eisen geben. Dann mach ich hier schon mal Öfen und sowas. Ja. Warte. Gib ich dir mal das. Ah, gib mir nochmal die drei, dass ich mir nochmal eine Spitzhacke machen kann. Ich hab dir noch anderes hingeworfen, wo noch gebacken werden. Äh, gebacken. Drei Eisen bräuchte ich. Äh, drei Eisen. Hey, wie kann ich hier nur eins von nehmen? Nein, ich hab davor in Holz abgebaut, aber ich konnte es nicht aufnehmen. Das liegt da. Scheiße. Okay, ähm. Ich suche jetzt kurz Tiere. Vor allem Kühe. Du musst mir nur sagen, wo du dich ungefähr runter baust. Ja, hier direkt, wo ich jetzt bin. Okay, gut. Aber die Werkpanz steht, baue ich mich runter. Oh, ne, ich hab keine fucking fuck. Dann mach dir doch welche. Du hast doch jetzt Holz, oder? Ja. Ja. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Was ist das denn hier für eine Aufnahme? Ui, ui, ui. Also, ich buchse mich jetzt runter. Hoffentlich finde ich gleich ein paar Diamanten. Das sind keine Kühe. Ich brauche Kühe. Was haben wir denn da? Das sind Pferde. Naja, wenigstens Pferde und Schweine. Lauf nicht zu weit weg, ne? Oh Mann, ich sollte hier erstmal. Ne, ne, mach ich schon nicht. Hast du die Ofen gemacht und das Eisen reingemacht? Ich bin grad dabei. Weil ich hab ein Problem, glaube ich. Ich hab kein Eisen dabei und die Eisenspitzhaken gehen voll schnell kaputt. Oh, oh. Vielleicht findest du ja Eisen. Wenn du eine Kohle noch hast, dann... Was soll ich einfach mit der Diamantspitzhaken abbauen? Die brauchen wir eh nicht mehr, oder? Nö. Mach ich mit der weiter dann. Ich bin erst dafür. 31 geht gar nicht. Egal, jetzt steht es so dunkel. Scheiße, können wir uns... Wir können uns kein... Was willst du machen? Wir können uns kein, ähm... Wie heißt das? Geben die Pferde irgendwas zu essen? Oder geben die Leder? Ja, die geben Leder. Ah, perfekt. Sorry, jetzt muss ich leider Pferde töten, aber... Das ist auf jeden Fall was Gutes. Ich bin noch für zwölf jetzt angekommen. Das ist super. Ich hab hier viele schöne Tiere. Scheiße, ich muss... Ich darf... Shit. Ich darf nicht vergessen, wo wir waren. Komm, jetzt muss ich gleich Diamanten finden. Ja, du findest sowieso immer Diamanten. Ich hab sowas von Pech. Da ist schon das erste Sklett. Nacht jetzt draußen, oder? Ja, ja. Oh je. Da ist es hell. Mal schauen, was da so ist. Ah, hier ist Lava. Oh ja, da hinten muss ich gleich wieder hin. Also ich hab mir so einen kleinen Turm gebaut, damit ich weiß, wohin ich ungefähr muss. Weißt du, weißt wo ich bin ungefähr? Jo. Ah. Ich muss mal hier, äh, Bäume fällen. Damit wir erst ins Holz bekommen. Wow, jetzt hab ich... Ich finde keine Diamanten. Aber das sind hier so blöde Bäume. Welche Bäume können Äpfel droppen? Hier Birken... Alle, glaub ich. Ich glaub, alle Äpfel können das... Äh, alle Äpfel. Alle Bäume können Äpfel droppen. Ja, das glaub ich auch. So. Oh, mein Gott. Ich überleg jetzt, was ich hier... Halt die Augen auf für Zuckerrohr, ne? Ja. Ach nee, wir wollten das ja anpflanzen, gell? Ja, stimmt. Voll vergessen. Mach das mal. Du hast ja noch deinen Wassereimer. Wow, Creeper. Aber ich muss aufwarten, dass ich mich nicht ablenken lasse von mein Bild... Ah, Zuckerrohr. Von meinem Bildprojekt. Weil dort machen die... Ach doch, da machen die Mia schon Schaden, aber... Da hab ich nicht so Angst halt davor, ne? Reichwerbung. Hä, hä, hä. Hä, hä. Jetzt wird eh mein Bild mehr geguckt als Ware. Ja. So. Sind alles außer Diamanten. Redstone, Eisen, Kohle. Und da ist die Folge schon vorbei. Krasser Scheiß. Warum noch Diamanten davor finden? Ja, toll. Wie soll ich denn jetzt die Folge nennen? Überall Creeper um mich rum. Aber wir bleiben sofort drauf. Gibt's doch nicht. Machen dann die nächste. Da kommt schon wieder das Glätt. Mann. Und Spinne. Oh oh. Mach keine Faxen. Oh, Baby, Sonny. Oh 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 oh. Boah. Ich leg mich lieber nicht mit denen an. Zoom, Phil. So, jetzt gleich bis... Werden wir gekickt. Hoffentlich, wenn wir dann wieder drauf joinen, ist es hell. Wie lange braucht das ungefähr immer? Keine Ahnung. Und da ist die Folge vorbei. Ja, aber da wird das nicht geladen. Die Folge war so richtig dreckig. Ach, es geht. Wir sind auf jeden Fall am neuen Standort. Damit uns die anderen nicht sehen. Und ein bisschen mehr Essen haben wir. Ich habe jetzt schon was gebraten. Jetzt ist noch die Kohle da drin. Aber das machen wir jetzt sofort. Ja. Geht schon. Geht schon. Auch hoch ein neues Eisen. Brennen. Ein Eisen mehr. Warst du dir irgendwie... Eisen habe ich gemacht. Ja, das können wir in der nächsten Folge beraten. Genau, machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis dahin. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.